herzlich willkommen zu einem neuen von tier zu tier video für alle leute die nicht wissen um was es hier geht wir ranken bei von tier zu tier bestimmte dinge und heute sind wir mit mcu film und mcu serien am start und ranken für euch alle 14 28 30 werke die aus dem mcu stamm krass krass legen wir los wir haben natürlich ein paar kategorien gebaut und die beste kategorie ist natürlich im film die stein weiß dass die infiniti stein das nächste ist metall und du weißt mehr ja ich habe das nämlich gegoogelt weil wir haben überlegt wie man es nennen und uro ist ein metall das irgendwie stärker sein soll als vibranium was die dritte kategorie ist und dann kommt und aus uro ist zum beispiel mjölnir gemacht danach kommt einfacher stahl ist immer noch okay ja und danach kommt plastik genau und es ist es ist das liegt schon richtig die tarners hast du schon gesehen ich habe noch nicht gesehen und gibt es jetzt auf disney plus und ich habe mir nicht vorgenommen den anzuschauen ich bin sehr gespannt und ich will auch mit euch dann im podcast darüber reden weiß ich habe ihn gesehen zusammen mit alpa in der presseauführung und es ist ein katastrophal langweiliges sich viel zu ernst nehmen aber die geschichte es ist es ist es ist der schlechteste marvel film der schlechteste ich finde mit das ist der schlechteste marvel finden mit oder ist es der schlechteste wir werden gleich darauf kommen sind ja so viele werke dass man vielleicht auch den 1 1 oder 2 vergisst okay aber für mich war das gar nichts tatsächlich so gar nichts ich bin wie gesagt ich bin immer noch gespannt ich glaube ich noch nicht guck den podcast da gibt es inzwischen schon wenn das video offen ist vielleicht vielleicht so mach einfach das nächste zack hier ist der nächste film es ist civil war captain america der zweite dritte film captain america 3 civil war ich mochte den eigentlich fand cool dass sie mal gegeneinander gekämpft haben obwohl das auch nicht so lange ging und die ja das ist immer so auch bei batman wie superman irgendwann irgendwann tun sie sich eh wieder zusammen du weißt es ganz genau aber trotzdem es ging mal nicht um die große bedrohung der welt und der nächste große tanos bösewicht kommt von oben runter sondern wir hatten ihn mit baron semo einen den man irgendwie auch so ein bisschen verstehen kann und der von daniel brütt auch ziemlich geil gespielt wurde der war ich ziemlich gut und black panther kam ins mcu und ich würde dem uro ich wäre weil vibranium gewesen wäre für mich weil dieser konflikt den die beiden da haben also iron man und captain america ein bisschen zu übereilt gekommen ein bisschen ein bisschen hastig es gibt ja so ein paar entwicklung die sind ganz cool auch mit winter soldier dann aber da machen wir einfach schenkl, 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 schenkl tadaa diese film ist vibranium ist auch nicht schlecht, genau gut dann mach ich den nächsten, ich mach hier den eh Thor 3 Thor 3, Wracknerröck oder Tag derentschreibung im deutschen das ist ja statt der war Teil 4 mit dem wundervollen titel Love & Thunder es geht in Thor hat sich entwickelt von einer ernsten, einer ernsten Sache mehr oder weniger Ja, aber auch so ein bisschen, ich finde, das hatte auch so ein B-Movie-Vibe. Hatte viel 80s-Vibe und mit letzten, das klingt natürlich nicht aus den 80ern, aber es war schon geil. Genau, aber ich finde, da haben die ja dann quasi so, da hat ja dann Taika Waititi zum ersten Mal die Regie übernommen. Ich glaube, im zweiten hat Alan Taylor Regie geführt, im ersten glaube ich Kenneth Branagh oder so. Und da hat, ich finde, da haben sie dann noch mal so dann quasi noch mal das in eine ganz neue Richtung gebracht. Also ein bisschen witziger, ein bisschen Taika Waititi. Ich finde, man merkt es immer für Filme von dem an, die von dem kommen. Und ich finde, der Thor 3 könnte auch ein Guardians of the Galaxy Film sein. Ich finde, ich habe ein bisschen mehr mit Planet Hulk gerechnet. Hast du den gesehen, der Anniperationsfilm? Nee, ich habe aber den Comic gelesen. Okay, ich habe damit ein bisschen mehr gerechnet. War ja so anteilig daraus. Fand ich mal ganz cool. Ich würde dem tatsächlich Uro gehen. Ich würde dem auch Uro gehen. Der hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe den das letzte Mal gesehen, als er im Kino kam. Das heißt, eigentlich mag ich ja dann, wir haben ja eben gesagt, Silvore, ein bisschen ernster, finden wir eigentlich generell cooler. Aber der war richtig gut witzig gemacht. Und es kommen ja gleich noch ein paar Filme, die richtig witzig werden. Du darfst den nächsten aussuchen. Ich mache das zufällig. Stopp! Guardians of the Galaxy 1. Ja. Ganz ernsthaft. Ich habe den im Kino gesehen und war ein bisschen enttäuscht. Ja. Dann habe ich den nochmal gesehen und dann fand ich ihn richtig geil. Bei mir war es andersrum. Echt? Ich habe den im Kino gesehen und fand ihn voll geil. Dann habe ich den irgendwann nochmal gesehen und fand ihn nicht mehr so richtig geil wie damals, sondern einfach so gut. Also ich finde, wenn du halt diese ganzen Witze aus den ganzen Marvel-Filmen schon einmal gehört hast und weißt, was passiert, gerade noch, kommen wir auch noch gleich bei Iron Man zum Beispiel zum Sprechen, dann finde ich, können die sich nicht ganz so gut halten. Also ich wäre bei Guardians of the Galaxy, aber trotzdem wegen dem Soundtrack, ich wäre trotzdem noch bei Uru, aber beim ersten Mal wäre er für mich Infinity Stein gewesen. Ach krass. Ja. Also ich hätte ihn jetzt irgendwo zwischen Uru und Vibranium tatsächlich eingeordnet. Ach so, okay. Also ne, gar nicht Infinity Stein. Dann lass Vibranium nehmen. Nehmen wir Vibranium. Okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen den Tag rum haben. Oh, jetzt kriegen wir bestimmt Ärger, weil wir Guardians of the Galaxy hier als Baby Prime hatten. Das Ding ist, jetzt gibt es richtig Hate, alle fanden ja den Soundtrack so geil, aber ich fand den, der hatte zwar so kultige Lieder drin, die anscheinend viele Leute auch nicht kannten, aber es war ein bisschen, es gibt durchaus Lieder, die ein bisschen mehr Druck dahinter gehabt hätten. Also es war ein cooler Soundtrack, alles cool, aber da war noch Luft nach oben. Ja. Okay, dann suche ich den nächsten aus und ich nehme den. Und es ist? Es ist. Ja, go, Guardians of the Galaxy 2. Ja, das ist einfach mehr Guardians of the Galaxy, das gleiche Prinzip. Ich fand den ein bisschen schlechter, aber ich hätte ihn jetzt auch, der hat auch trotzdem Spaß gemacht. Ja, das Ding ist, ich hätte ihn jetzt nicht so gut wie der erste Teil. Ja, aber ich würde den jetzt auch nicht bei Stahl reinordnen. Der ist nicht Stahl, komm, der ist. Es ist ja auch nochmal gerankt von links nach rechts innerhalb der Kategorien, das müssen wir auch noch gucken. Oh, echt? Ja. Jetzt haben wir nie drauf geachtet. Und deswegen würde ich den jetzt auch mal bei Vibrania, aber rechts neben Guardians of the Galaxy. Also wir sagen links ist das Bessere. Okay, dann würde ich aber Guardians of the Galaxy noch weiter links. Ja, und dann am Ende Guardians of the Galaxy 2. Äh, da, ne? Ne. So klein auf dem Bildschirm hier, das ist er. Ja. 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 Okay. Ich nehme Hulk, den zweiten Film des MCU. Und ich muss sagen, ich liebe Hulk eigentlich. Äh, es gab eine ziemlich geile Comic-Serie Ende 80er, 90er müsste es gewesen sein. Die fand ich sehr cool. Es gibt eine super witzige aus den 60ern. Was sagst du denn zu dem 2003 von Ang Lee zu dem Hulk? Ich fand es ambitioniert, dass sie das so comichaft gestaltet haben. Oh, diese Transitions. Oh, die sind teilweise so cheesy. Der hat, der hat, der hat mutierte Pudel. Ja. Aber ich mochte Eric Banner. Ja. Ich mag auch Eric Banner. Ich finde, er ist ein toller Schauspieler. Ja. Aber ich liebe auch Edward Norton und er ist mein absoluter Lieblingsschauspieler. Und ich muss sagen, ich finde, er hätte nicht in diesem Film mitspielen müssen. Ich finde, Mark Ruffalo hat seinen Hulk schon gut übernommen. Ich finde, Edward Norton hätte in der Zeit vielleicht was anderes drehen müssen. Ich sehe den auch irgendwie nicht so als... Der ist irgendwie so ausseitig. Ein Superheld. Ich finde, der ganze Film ist auch irgendwie so... Ja, la, la, la. Das ist eigentlich nie passiert. Ich finde, der Film endet halt so, wie er begonnen hat. Der hat ein paar coole Szenen, gerade am Anfang. Also ich habe den in der Sleek Preview gesehen. Da dachte ich so, geil, geil. Jetzt läuft Hulk. Und wenn er in dieser Abfüllanlage da ist und der kommt zum ersten Mal so aus dem Dunkeln. Der Hulk, das sah schon damals im Kino, war das ein geiler Moment. Aber der verliert sich halt, sobald es halt an diese ganze Ross-Thematik geht. Tja, und dann kämpft er gegen Abort Abomination und die ist so langweilig. Tim Roth, ich mag Tim Roth. Aber für mich ist der Mann kein Soldat. Weil, ich weiß nicht, wie groß der Mann ist, aber er wirkt sehr klein. Ja. Und dann ist das dieser Killer-Soldat, der sich mit dem Hulk anlegt und richtig auf die Fresse kriegt. Ähm, nee. Ich bin das auch. Ist für mich... Für mich ist es ein Stahl, ehrlich gesagt. Stahl oder Plastik, weil, ähm, der nervt mich teilweise auch. Aber nicht so sehr wie Eternals. Deswegen... Nee, das ist Stahl. Der hat schon Stahl verdient. Edward Norton spielt mit. Genau, der Eddie. So, du darfst den nächsten... Ich nehme... Ah, guck mal, du bist schon drauf. Black Widow. Black Widow, gerade erst gesehen. Der okayste Film. 2021. Der hat einen Ronny gewonnen. Das solltet ihr unbedingt reinschauen. Hier oben. Hier verliebt. Ja, ich habe ihn kürzlich erst gesehen. Kurz für den Ronnys. Und der ist echt okay. Ja, ich fand ihn auch sehr okay. Ich fand so den Anfang ganz cool, wo ihre Vergangenheit gezeigt wurde, wie sie aufgewachsen ist. Ich finde, das hätten sie zeigen sollen. Ja, gut, dann guckt die Americans. Das ist das gleiche. Guckt die Americans. Vollkommen okayer Film. Ja, ich finde, es hätte ihn jetzt auch nicht gebraucht. Und wenn man weiß, was mit Black Widow eh passiert, da habe ich mir gefragt, so, hat die jetzt diesen Film unbedingt noch gebraucht? Alle haben ja nach diesem Film geschrien quasi. Der hätte eigentlich viel früher stattfinden. Sondern der sollte ja auch die Phase 4 einleiten. Ja. Kam aber dann halt auch wegen Covid. So Shit-Kram, glaube ich, zu spät und sowas. Stahl. Er ist stahl. Er ist kein Gebran. Aber ist er schlechter oder besser als Hulk? Also ich finde ihn ein bisschen besser. Woops. Da kommt der. Also. Und. So. Jetzt tut es. Nächster Film ist statt. Loki. Jetzt sind wir bei der ersten Serie. Ich muss sagen, ich fand Loki ziemlich geil. Ich fand Loki cool. Es war eine relativ kurze Serie. Ich glaube, die hatten nur sechs Folgen. Und was da gezeigt wurde, fand ich super cool. Ich finde es auch, das ist ja eigentlich so der erste, oder die erste Serie oder Film, wo es um einen Antagonisten geht. Aus dem ganzen MCU. Sonst haben wir immer nur die Superhelden. Und Loki ist eigentlich eine super interessante Figur. Ja. Ich fand das auch ganz cool, was mit dem so gemacht wurde. So in Avengers Endgame. Also wie das angeknüpft wurde. Das fand ich halt cool. Das war ganz geschickt gemacht. Und diese TSA? Diese Behörde? Ja, Time Dings Agency. Fand ich großartig. Mir hat die Serie extrem gut gefahren. Ja, Dings hat mir auch viel Spaß gemacht. Wie heißt er? Der Agent. Ja. Na? Ja. Luke Wilson. Luke Wilson. Owen Wilson. Owen Wilson. Owen Wilson. Wow. Owen Wilson hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Loki war vielleicht ein bisschen zu schnell zu gut. Also so, ne? Also er kann richtig fies sein eigentlich. Und da war er halt so schon moralisch. Also in dieser Version. Fand ich aber insgesamt cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wäre schon bei Uru. Ich habe fast überlegt, ob es schon Infinity ist. Ist es schon Infinity? Also, wenn ich jetzt so die Serien vergleichen würde, finde ich mit die, die am meisten Spaß gemacht hat. Okay, komm. Geben wir einen Infinity Stein. Und weil es Loki ist, weil Tom Hilton auch mit der coolste ist. Der ist echt nice. Ich nehme den hier. Ist das Avengers? Avengers. Erste. Erste. Ich mag den sehr. Ich mag den auch sehr. 2012, das war das große Ding. Ich habe irgendwo damals gelesen, das ist der feuchte Traum für Nerds. Avengers. Der erste große Film, wo alle vereint waren. Ja. Macht Spaß. Aber ich habe den auch nochmal gesehen. Dann nicht mehr. Ich finde... Nee, da ist... Ich fand den beim ersten Mal... Ich finde die ganzen Marvel-Filme, wie gesagt, beim ersten Mal ziemlich geil. Und dann beim zweiten Mal finde ich sie okay. Aber es wird Avengers trotzdem noch Vibranium geben. Echt? Ich habe den Uru gegeben, weil ich habe den dreimal gesehen, glaube ich. Und ich hatte aber auch beim zweiten Mal die Befürchtung, dass der halt so abbaut. Ja. Hat der aber nicht. Hat mich immer noch gut unterhalten. Dann machen wir das Schnick-Schnack-Schnuck, würde ich sagen. Ja. Okay. Schnick-Schnack-Schnuck. Okay. Juru. Aber dann aber hinter Tor 3, würde ich sagen. Ja, können wir machen. Okay. Darauf lassen wir ab. Okay. Der nächste... Stopp. Was ist das? Was ist das denn? Ist das Iron Man 2? Boah, jetzt geht's los. Ich mag den gar nicht. Der hat coole Momente, aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn nicht. Da kommen wir später zu. Ich finde ihn überhaupt nicht gut. Ich muss sagen, ich höre immer diesen ganzen Hass über Iron Man 2. Aber als ich den damals im Kino gesehen habe, war mir das alles egal, weil ich einfach nach Iron Man 1 den nächsten sehen wollte. Und ich finde ihn okay. Ey, also ich würde ihn jetzt eher so in Richtung Stahl einschätzen, aber für mich ist er jetzt nicht Plastik. Wir können ihn auch hinter Hulk setzen, aber ich weiß nicht, irgendwas... Er hat Mickey Rope. Mickey Rope ist ziemlich geil. Auch wenn er die ganze Zeit mit dem russischen Akzent redet. Aber er hat einen Kackadu. Ja. Und Sam Rockwell ist mit dabei. Ich finde es auch in dem Child Pool, wie sie die Iron Man-Programme aus den anderen Ländern zeigen, die alle fehlschlagen. Das stimmt, das ist witzig. Also, Stahl. Ja, Stahl. Können wir aber auch hinter Hulk machen. Ja, uh, ich würde ihn vielleicht vorher Hulk machen. Okay. Also, Mickey Rope reißt das schon raus. Und Sam Rockwell auch. Dann nehme ich den hier. Was ist das? Wir müssen mal gucken, weil es so klein ist. Das ist Captain America 2. Oh, The Winter Soldier. Ja. Finde ich richtig gut. Ich fand... Okay, Edo. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt in dem Film. Echt? Ich finde aber auch Captain America als Figur mega langweilig. Dachte ich am Anfang auch. Ich dachte mir so, boah, es ist natürlich auch dieses so, oh, Captain America, USA repräsentieren, bla bla bla, Stern auf dem Schild und die laufende Flagge. Von der laufenden Fackel? Von der fliegenden Fackel? Von der laufenden Flagge. Aber ich fand es geil, weil es halt mal dieses Unterwandern von S.H.I.E.L.D. und sowas ist. Also ein bisschen so dieses, oh, ich bin Nick Fury. Oh, alles ist cool. Ich bin mal ein bad motherfucker. Es hätte für mich ruhig auch noch krass Unterwandert werden können. Mehr Hydra und sowas. Ich fand ihn cool, weil es so ein bisschen Startzeilen Nummer 1 Ding ging. Das fand ich sehr cool. Und der Winter Soldier ist ziemlich cool. Der Winter Soldier ist schon ziemlich cool. Auch wenn er, also wenn ich nur das Konzept von Winter Soldier kennen würde, ein bisschen lame finde. Aber der Bucky ist schon cooler. Ja. Ich bin bei Vibranium. Ich weiß nicht, ob du bei Uru bist. Ich wäre bei Uru. Wenn er nicht sogar schon Infinity wäre, aber ich glaube, ich finde ihn besser. Okay, dann machen wir bei Uru. Okay, trifft uns in der Mitte. Aber vor Avengers, ich wollte ihn vor Avengers setzen. Ja. Obwohl, ich finde, Avengers ist so ein Ding, das ist halt so. Freitagabend kannst du gucken, unterhält dich gut und Winter Soldier ist so, ah, ist schon spannend ein bisschen. Ja. Okay, dann bist du dran. Okay, bro, stopp. Was ist das? Spider-Man, oder? Ist das welcher? Ist das Far From Home? Das sieht aus wie Far From Home. Ja. Far From Home. Fand ich okay insgesamt. Ich habe bei dem Film gemerkt, ich bin vielleicht nicht mehr so die Zielgruppe für Spider-Man. Spider-Man ist eigentlich mein Lieblings-Marvel-Dude. Ja. Aber ich bin halt der Tobey Maguire-Spider-Man-Fan. Und natürlich die 90s-Serie. Aber ich fand ihn ganz gut, aber war für mich ein bisschen weit weg. Aber ich fand ihn ganz gut gemacht. Und Jake Gyllenhaal war auch cool. Ich fand es auch cool, wie sie das verwoben haben. So die Angestellten von Stark Industries und sowas. Das war nice gemacht. Das hat ein paar nicee Touch, dass er zum Beispiel so diesen Motion Capture-Anzug anhat als Mysterio. Ich fand so sein Mysterio im Vergleich zu anderen Mysterios, die ich bisher gesehen habe, fand ich ein bisschen lame. Er war realistischer. Ja. Da war halt eher so ein Technik-Dude. Ja, genau. Und bei so einem Mysterio habe ich manchmal das Gefühl gehabt, oh, der hat vielleicht... Ja, der ist ein Tricktechniker. Ja. Ich fand diese Albtraum-Szene eigentlich ganz cool. Man sah ja auch so ein bisschen hier Marvel-Zombies. Ja. Da war ein bisschen drin. Das war uh. Aber insgesamt war es okay. Kein Ubo. Vielleicht Vibranium. Ja. Aber der hinterste von denen. Also Guardians, glaube ich, die 2 war besser. Ja, war schon besser. So, du bist drin. So, dann nehme ich den. Das ist Captain America 1. Ja. Ja. Captain America 1. Ich mag für den anfangen. Ja, ich mag eigentlich immer so, wenn man so Paralleluniversen oder so Alternativgeschichten hat und so was. Aber ich fand dafür war dann, waren die Nazis zu lame. Und diese eine Szene finde ich schrecklich, wo diese Typen mit den Flammenwerfern ihn einfach so an, so einkreisen, statt einfach die Flammen auf ihn zu machen. Und ziemlich unblutig. Also ich, das fände ich, klar, das ist immer noch eine Comicverfilmung, die ab 12 freigegeben ist und so. Aber irgendwie habe ich mir da ein bisschen mehr Brutalität gewünscht. Hydra hätte böser sein können. Ja. Mehr Hugo Weaving hätte sein müssen. Also sie hätten schon mehr richtig, richtig fiese Wichser sein müssen. Und man hat nicht Hitler gesehen. Ja, das stimmt. Sie haben ja Nazis eigentlich komplett rausgelassen, oder? Das war immer, oder? Ja, das waren eigentlich immer Hydra. Hydra, also ja, gehört auch dazu. Ich finde ihn, ich finde ihn okay. Ich bin bei ihm eher bei Stahl, aber ein bisschen weiter vorne. Ja, ich würde auch Stahl sagen. Ich finde ihn teilweise ein bisschen zu pathetisch. Also, der Good Boy, das war halt das typische, was ich mir vor der Kamera erwartet habe. Deswegen war ich, ich habe ihn so überrascht bei Winter Soldier. Ich würde sagen, Stahl vor Hulk. Ja. Wo ist er? Hier. Da hin. Ja. Ja, obwohl. Ja, doch, passt. So, nächstes Werkstab. Iron Man 3. Boah, den hast du, ne? Ich finde ihn ultra scheiße. Ich mag den, ey. Da kommt das, was ich eben gesagt habe, deswegen wiederhole ich das nicht alles mit der Abhängigkeit. Und ich fand halt den Antagonisten so langweilig. Und was diese, also ich möchte einen MCU-Film sehen, ich möchte einen geilen Antagonisten haben. Irgendwas, einen Alien, einen Mutanten, irgendwas Geiles. Und dieses, oh, Leute explodieren wegen diesem Shit-Kram. Fand ich super langweilig. Und natürlich, Trevor. Kann man witzig finden. Ich fand es super wasted. Also wir versuchen ja, wir machen diesen doch leicht rassistischen Charakter des Mandarinen witzig darzustellen. Und anders darzustellen. Ich fand es ein bisschen wasted, weil halt der andere Antagonist halt, ich weiß nicht mal seinen Namen, wir haben ihn vergessen. Fand ich super langweilig. Guy Pearce. Guy Pearce. Das ist Guy Pearce, ja. Fand ich überhaupt nicht cool. Und da fing es an, Iron Man wird auch so ein pathetischer Typ, wie er in die Anzüge zerstört. Und Gwyneth Paltrow war auch so dieses, wie es inszeniert worden ist. Nicht was passiert ist, sondern wie es inszeniert worden ist. Ich mochte eigentlich auch, dass er mal in dem Film lange Zeit auf seinen Anzug verzichten musste. Also das fand ich ganz cool, das fand ich halt auch beim ersten ziemlich geil. Ich bin bei ihm eher bei Vibranium, ich glaube, du wärst eher bei Stahl. Plastik. Echt? Dann kommt er zu Stahl. Ja. Aber... Ich werde noch vor Hulk auf jeden Fall. Vor Hulk, ja. Hulk kackt gerade richtig ab, woher es ist. Du bist noch. Ja, okay, dann nehme ich den. Was ist das? Spider-Man, der Erste. Der Erste. No, Quatsch. Homecoming. Homecoming, muss ich sagen, war ja nicht diese klassische Origin. Story, die man vielleicht erwartet hätte. Das ist gut. Auch wenn ich Origin-Stories bei Spider-Man mag. Also gerade Tobey Maguire, aber die haben es halt schon zu gut gemacht. Aber ich fand Homecoming als Film, ich fand den irgendwie lame. Also ich habe mir ein bisschen mehr davon erwartet. Ich bin jetzt, ich bin halt auch eher der Tobey Maguire Spider-Man. Und Michael Keaton als der... Vulture. Als Vulture. Fand ich auch okay. So diese eine Szene mit den beiden in einem Auto fand ich ziemlich geil. Die war geil, die war geil. Aber so, ich habe halt... Bei dem Film ist mir absolut gar nichts hängen geblieben. Außer halt diese Szene im Auto. Und was ich ganz cool fand, dass sie das aufgegriffen haben von dieser Alien-Invasion aus Avengers. Aber das ist halt nur ein kleiner Teil. Ich fand es halt geil, dass daraus das entwachsen ist, dass du halt quasi diesen collateral damage oder dass ein Problem ist gelöst, daraus entstehen aber neue Probleme. Das fand ich ganz cool. Michael Keaton richtig gut in dem Film eigentlich. Was ich nicht mochte, ist Overpowered Spider-Man. Also der Suit von Tony Stark dann mit der KI drin. Ja, ne, TD ist aber für mich halt nicht mehr der Kasserschöner. Ja. Spider-Man. Ist für mich... Homecoming ist bei mir eher Stahl, muss ich sagen. Ja, aber einer von den besten Stahl. Also, boah, vielleicht sogar die Nummer 1 im Stahl. Ja, mach den mal auf Nummer 1 im Stahl. Ja, dann, ne. Ja, warte, ich muss das so und dann... So. Nächster Film. Etab! Ant-Man and the Wasp. Ist im Prinzip Ant-Man, also quasi wie Ant-Man der Film bloß einfach nochmal mehr. Aber war schon unterhaltsam. Ja, also es ist nicht so viel hängengeblieben von dem Film, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, Ant-Man ist ein cooler Dude. Ja. Sympathisch. Weil er halt auch Anti-Held auch ein bisschen ist. Weil er eigentlich so ein Loser ist. Mhm. So ein bisschen das, was Peter Park halt auch antisympathisch machen sollte. Mhm. Und nicht so Sunny Boy. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, er wiederholt die ganzen Witze aus 1. Ich finde Luis, die Figur mega witzig, wie diese Witze aufgebaut werden haben. Wenn du halt einmal das gehört hast, dann weißt du halt, wie es funktioniert. Ich finde, dann ist es nicht mehr, zum zweiten Mal nicht mehr so geil. Ich finde den okay, für mich ist es ein guter Stahl. Ein guter Stahl. Ähm, noch vor Black Widow, würde ich sagen. Ja. Also, der beste Stahl. Moment, hatten wir nicht gerade. Ich glaube, es hat nicht ganz funktioniert. Hat nicht funktioniert. Wir müssen Spider-Man noch da hin. So, jetzt stimmt's. Okay. So, dann ist es statt. Iron Man 1. Okay. Infinity Stahl. Ist für mich der beste Marvel-Film. Der erste. Da gab es noch nicht diese ganzen Erwartungen, was man an die anderen Filme hatte. Damals wusste man noch gar nicht, dass sowas entstehen wird. Aber daraus ist es halt entstanden. Ja. Wie Tony Stark am Anfang eigentlich ein ultimatives Mega-Arschloch ist, dem Rüstungskonzern gehört. Und er dann eigentlich durch seine eigenen Waffen geschlagen wird und dann quasi aus seinen eigenen Trümmern wieder auferstehen muss. Und ich finde, der ist im Gegensatz zu vielen anderen Filmen auch richtig brutal. Also, allein dieses Kriegsszenario am Anfang, das, was ja Realität ist, Überfälle auf irgendwelche Militärkonvois und Collateral Damage und so ein Kram. Und auch, ja, quasi das Gefangenwerden in dieser Höhle. Ja. Mit den Terroristen. Das war schon so. Das hat schon so einen sehr dunklen Ton gesetzt. Und hat diese Montage dann, wie er den Anzug zusammenbaut. Das ist halt super geil. Dieser Walk aus der Höhle raus. Ja, das ist auch traurig und geil. Richtig geil inszeniert. Macht jetzt zu richtig viel Spaß. Für mich ist das auch vor Loki noch. Und eine von zwei Sexszenen im MCU. Okay. Glaube ich. Gut, ne? Also vor Loki aber auch. Ja. Also, das ist... Ohne Iron Man kein... Alles nix. Und ich finde, Iron Man ist auch so ein Film, den kannst du komplett alleine gucken, du musst keine Ahnung von haben. Ist ein guter Actionfilm, der dich jederzeit unterhalten kann. Okay, dann nehmen wir den hier. Was ist das? Thor 1 oder 2? Thor 1. Oh. Ich hab's vorhin schon gesagt, für mich hat der immer so ein bisschen einen B-Movie-Charme. Ich find den so als Film ganz okay. Ich find Chris Hemsworth als Thor ist eigentlich ganz cool. Ich find Anthony Hopkins als Odin mega geil. Loki ist halt auch drin. Loki ist auch mit drin. Aber ich finde, Natalie Portman ist fehlbesetzt und ihr Sidekick ist das nervigste Sidekick-Ding aus dem ganzen... Ich glaub, das ist der nervigste Charakter. Ich muss mal so überlegen, ich glaube schon, die nervt mich richtig. Ich kann mich aber noch an den Abend erinnern, als ich den Film gesehen hab. Das war in... Hab ich den in Offenburg gesehen. Ähm... Ich muss aber sagen, ich find den einfach nur so okay. Das ist nicht so ein Film, den ich mir fünfmal hintereinander anschaue. Stahl? Stahl, aber... Stahl, Mittelfeld, ja. Ich find den aber ein bisschen besser als Black Widow zum Beispiel. Echt? Ja. Einfach wegen Asgard und nordischer Mythologie und sowas. Ja, aber nicht vor Spider-Man, glaub ich. Weil Tom Holland ist schon ein sympathischer Typ. Auf jeden Fall. Und Ned ist auch cool. Okay, ich bin mal an der Start. Da, das ist Doctor Strange, oder? Doctor Strange! Böse Zungen behaupten, es ist Iron Man 2.0, weil Arschloch-Typ, Traumata, ich muss jetzt Gutes tun. Ja. Nur mit Magic. Ähm, ich fand die Magie-Szenen manchmal ein bisschen drüber, aber auch wieder ganz cool. Ich find Mads Mikkelsen als Antagonist, also ich find Mads Mikkelsen ist ein toller Schauspieler, aber ich find dieser Antagonist ist einfach so dieser 0815-Antagonist, den wir halt... in tausend anderen Marvel-Filmen schon hatten. Der geht so richtig unter, find ich. Ja, und auch so diese ganzen, die Effekte fand ich ganz cool, so wie diese Städte gebogen werden und wie das alles immer mit dem Kaleidoskop aussieht teilweise, find ich cool, aber dann davor kam halt ein paar Jahre schon Inception, deshalb war das jetzt noch nix so, so krasses. Er hat mir aber trotzdem Spaß gemacht, für mich wäre der... Ich hab den aber auch, wie gesagt, ich hab den einmal im Kino angeguckt, da fand ich ihn geil und dann hab ich ihn nochmal angeguckt, da fand ich ihn okay. Ich wäre aber trotzdem eher, für mich ist das schon eher, geht's Richtung Vibranium. Ich würde auch eher bei Vibranium sein. Ja. Ähm, das war Far From Home. Ja. Dann find ich den aber hinter Far From Home. Okay. Okay, nächstes Werk, das ist Black Panther, oder? Ja, das ist Black Panther, den haben wir, das haben wir super auf der Zeit, den haben wir morgens um sechs im Kino gesehen, in der Frühstücksvorstellung. Ja. Da fiel Schnee, da gab es noch Schnee in der Welt. Ja, da gab es Schnee in Köln. In Köln. Das ist besonders. Ich fand den okay, ich finde teilweise seine Effekte gerade im Endkampf richtig scheiße aus. Ja. Ich fand aber, alles was mit Wakanda zu tun hatte, so diese ganze Kultur, finde ich mega interessant. Ich freu mich auch, hab ich ihm im Special gesagt, auf Cinema Strikes Back, zu den Filmen 2022, freu ich mich auf Wakanda Forever. Ja. Ich fand auch, in Wakanda gibt es ein paar coole Leute. Ja. Seine Schwester ist sehr cool. Ja. Ich fand aber auch Andy Serkis sehr cool in dem Film. Und Michael B. Jordan als Antagonist. Michael B. Seine Figur nicht so ein bisschen lame wäre. Ich finde, die hatte schon so Ansätze, gerade wo die in das Museum einbrechen und sowas. Das fand ich schon ziemlich geil. Ich finde, die hätte ihn vielleicht ein bisschen, also nicht ganz so böse machen sollen, dass man ihn noch ein bisschen mehr nachvollziehen kann. Ja. Aber ich fand ihn so als, Michael B. Jordan, der hatte halt einfach eine Leinwandpräsenz, dass es kracht. Ich würde den bei Vibranium einsortieren. Ja. Gutes Vibranium. Aber vor Doctor Strange. Und ein geiler Soundtrack. Oh, stimmt. Aber hinter Spider-Man noch, würde ich sagen. Hinter Spider-Man? Ja. Also zwischen Doctor Strange und Spider-Man. Okay. Mach das mal. Macht auf deine Verantwortung. Nächster Film. Ah, statt. Was ist das? Zwei? Steht da nicht zwei. Oh, das ist What If. Oh. Nach einer Folge abgebrochen. Für mich ist das... Ich habe sie alle gesehen. Für mich ist das... Es ist Stahl, aber da es mich so wenig interessiert, geht es fast schon richtig in Plastik. Jetzt musst du mehr sagen. Ich habe nicht die andere Folge gesehen. Ich habe sie alle gesehen. Ich fand die erste ganz cool. Das ist die alternative Captain America Sache, weil die halt auch... Wir haben eine Kritik auf CSP gemacht, weil die halt auch diesen Look von diesen alten Zeichentrick-Filmen hatten. Aus der Zeit. Aber insgesamt... Man hätte da richtig ausrasten können. Es hängt halt alles zusammen, irgendwie. Es ist nicht so, wir nehmen jedes Szenario, machen was komplett Neues. So Black Mirror-mäßig im MCU. Das wäre geil gewesen. Und es kamen halt auch Marvel-Zombies drin vor. Das fand ich... Da wurde schon... Ich fand das ein bisschen unrealistisch. Es wurde halt ein kurzer Prozess mit den Leuten gemacht, die sie eigentlich so lieben. Also... Oh, Captain America, Zombie. Oh, stopp. War ein bisschen komisch. Und alle Leute lieben die Doctor Strange-Folge. Und ich fand die richtig blöd. Da war jetzt immer wieder Hodelung. Das war so täglich, kurz das Moment hier. Und wie komme ich aus dieser Zeit... Wie kann ich... Oder Butterfly-Effekt-mäßig, ne? Fand ich eher auch verschränktes Potenzial. Und... So der große Übererzähler hat mich so ein bisschen genervt. Hatte aber Potenzial. Ich fühle es eher... Ja, es ist Stahl. Okay, dann machen wir ganz hinten. Ganz hinten? Oder? Schwierig. Lassen wir es mal da. Schwierig. Okay. Gut, dann mache ich das hier. Was ist das? Falcon and the Winter Soldier. Habe ich... Ich habe es angefangen zu gucken. Ich bin... Also jetzt gerade erst tatsächlich. Ja. Ich bin noch nicht durch. Ich habe immer gesagt, Falcon ist der lamest Avenger von allen. Ja. Also die Serie, finde ich, hat viel rehabilitiert, was ich von ihm gedacht habe. Also hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn es nur eine ganz okaye Serie war. Ich war dann aber doch überrascht, wie gut ich die fand. Wenn man so meine Erwartungshaltung mal mit einbezieht. Deshalb würde ich den Falcon and the Winter Soldier eigentlich bei Stahl, aber schon ein bisschen weiter vorne. Okay, ganz vorne ist mal mit Ant-Man und Wasp. Wird es das vorher dahinter setzen? Dahinter. Und besser als Spider-Man? Homecoming? Ja. Nein. Nein. Doch nicht? Nein. Aber besser als Thor. Auf jeden Fall. So, nächstes ist... Ein Avengers-Film. Aber welcher? Ich glaube, das ist... Oh Mann, nee, das ist der erste gewesen. Das ist scheißegal. Das ist jetzt einfach der erste, was ihr da seht. Und wir reden jetzt im zweiten. Also... Ultron. Age. Also... Days of Ultron. Genau so wie The Long Night. Nach dem großartigen Avengers hatte ich hohe Erwartungen an diesen Film. Und bin sehr enttäuscht und ich fand den richtig kacke. Ja, ich fand diesen Plan einfach super dumm von Ultron, von dem schlauesten Lebewesen im Hauptzeug. Ich würde den bei... Für mich ist der Plastik. Ja. Also komplett vernachlässigbar. Aber ich glaube, trotzdem noch vor Eternals. Vor Eternals, vor Eternals ist auch noch einfach lang. Ja. Und richtig dumm. Ja, kurzer Prozess damit. Ich glaube, du bist so. Okay. Dann nehme ich den... Shang-Chi. Shang-Chi habe ich leider nicht gesehen. Ich habe Shang-Chi gesehen. Er ist vollkommen okay. Also Stahl. Ja, er ist ein Stahlfilm. Netter Protagonist. Interessanter Pro... Netter Protagonist. Interessanter Antagonist. Verlebt sich hinten so ein bisschen in... in viel Piu-Piu-Piu. Hat mich aber nicht genervt. Fand ich okay. War ganz nett. Ganz witzig hier und da tatsächlich. Neues Setting so ein bisschen. Ist so Stahl. Vorderer Stahl. Musst du sagen. Aber... Ich würde den jetzt mal hinter Winter Soldier. Weil die erste Folge von Winter Soldier, die ich letzte Woche gesehen habe, hat mir besser gefallen als der Film, glaube ich. Okay. Gut. Dann bist du dran, ne? Okay. Das ist Thor 2. Thor 2. The Dark Kingdom. The Dark World. Ich finde ihn nicht so schlecht, wie alle sagen. Ich finde ihn auch eher okay. Ein bisschen... Ja. Bis mit den Elfen. Die Elfen sind... Das ist ein bisschen... Oh Mann. Habt ihr nicht was Cooleres am Start? Ich fand ihn auch okay. Für mich ist das auch... Habt ihn auch einmal gesehen. Muss ich sagen. Stahl. Stahl, aber auch ein bisschen weiter vorne. Weiter vorne, ne? Also vielleicht noch... Vor dem ersten Tor? Boah, schwierig. Also ich fand dann... Ich würde die nebeneinander machen auf jeden Fall. Ich weiß aber noch nicht in welche Reihenfolge. Dann beschieben wir ihn erstmal vor Tor 1. Gut, dann bist du dran, ne? Okay, dann nehmen wir doch den Film. Ant-Man. Ant-Man. Ja, also was wir eben gesagt haben zu Ant-Man 2. Kann man jetzt wiederholen. Nur da wurde es halt zum ersten Mal gemacht. Da war es ein bisschen frischer, ja. Die ganzen Winsing-Gags und sowas. Michael Douglas. Michael Douglas ist großartig immer. Der Antagonist ist mega lame. Das zieht den Film halt so ein bisschen runter. Yellow Jacket, ja. Ich mag den Darsteller. Er spielt ja auch in House of Cardsville zum Beispiel. War schon ein bisschen fies hier. War schon ein bisschen fies hier da. Aber halt auch das gleiche Prinzip wie bei Iron Man. Oh, ich habe die gleiche Technik. Aber mein Anzug ist besser. Das ist mini Iron Man. Aber ich finde es schon, dass er Vibranium ist. Also ich finde den dann doch schon so gut. Eigentlich. Ja, er ist sympathisch halt. Er hat viele Sympathieträger. Ich bin bei dem auch. Ich finde Dr. Strange und Ant-Man. Ich finde diesen so auf einem ähnlichen. Können wir machen, ja. Wir reden gerade bei den ersten. Ich würde ihn sogar noch weiter vorne hinsetzen. Vor Black Panther noch? Ja. Okay. Auf deine Antwort. Hate is gonna hate. So, Nächster. So, wir nehmen Captain... Nee, Moment. Wir nehmen... WandaVision. Ja, habe ich nichts Ende geguckt. Hast du nichts Ende geguckt? Nee, habe ich noch vor. Mir hat halt dieses Sitcom-mäßige... Er ist mir nicht so gefallen, muss ich ja nicht sagen. Das ist ein... Ich fand... Für mich war die Serie ein Slow-Graw. Ich finde die ersten zwei Folgen... Fand dich ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber was ich cool fand, war so, dass so ein Mysterium erschaffen wurde. Du weißt nicht, um was es hier wirklich geht. Aber für mich, ich fand es einen mega interessanten Ansatz. Mal was komplett Neues, mal in eine sehr kreative Richtung gegangen. Mal sich was getraut, was Außergewöhnliches machen. Deshalb wäre es für mich Uhu. Ja, machen wir. Aber wir können dann... Hinter... Was ist das? Achso, da. Stimmt, da hast du. Das ist... The Winter Soldier. Ja. Vor Winter Soldier? Ja. Okay. Also ich hätte es sogar fast vor Avengers gemacht. Okay. Nächstes... Was ist das? Das ist... Spider-Man No Way Home. Ich glaube, einer der meistgefeierten Filme dieser Tage. Ja. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Mir hat er auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann den Hype darum sehr gut verstehen. Auch wenn ich den Film jetzt nicht so gut fand, wie wahrscheinlich die meisten anderen. Er spielt halt hart. So hart die Nostalgie-Karte aus. Aber ich wurde in dem Film echt ein paar Mal überrascht, weil ich auch so gedacht habe, so, ah, okay. Wusste ich nicht. Aber dazu will ich nichts sagen. Für mich ist das schon... Vibranium, wenn nicht sogar Uhu. Ich würde den echt Uhu setzen, wenn nicht sogar Infinity. Echt? Obwohl Infinity... Ich müsste ihn nochmal gucken. Ich finde, bist du zu lang. Das ist so ein Film, supergeil am ersten Mal, weil das zweite Mal würde er, glaube ich, glaube ich, ein bisschen abbauen. Ja. Deswegen Uhu bis Vibranium. Für mich werden nämlich Spider-Man 1 und 2, die sind jetzt hier nicht drin, mit Tobey Maguire. Die sind drin, also 2 ist definitiv Infinity. Dann machen wir auf Uhu. Okay. Ganz nach vorne? Würde ich den schon setzen? Ja, können wir machen. So. Du bist dran. Okay, dann nehme ich... Ja, dann machen wir... Kommen wir, dann nehmen wir jetzt Hawkeye. Den habe ich nämlich... Ja, Hawkeye habe ich gesehen. Auch Hawkeye, wo man denkt, boah, der langweiligste Avenger aller Zeiten. Aber es war eine schöne Weihnachtsserie. Okay, also kann ich die jetzt nicht mal anschauen. Finde kein Problem, du hast, dass überall Tannenbäume sind. Es gibt so ein paar Sachen, die passieren, die so ein bisschen kritisch aufgenommen sind, was sie mit ein paar Charakteren machen. Okay. Aber ich war sehr gut unterhalten. Es war halt so ein typisches Ding. Wir müssen innerhalb von ein paar Tagen, bis Weihnachten halt, so quasi eine Quest erfüllen. Super sympathische Portigee, den er da hat. Okay. Fand ich super cool. Insgesamt hat mir die sehr viel Spaß gemacht. Also ich sollte die auf jeden Fall anschauen. Ja. Aber das klingt bei Spiegel schon wie gutes Vibranium oder so. Das ist auf jeden Fall ein gutes Vibranium. Ich würde ihn sogar vor den Spider-Man-Filmen setzen. Okay. Du, Seth. Und ich finde halt, Jeremy Renner ist eigentlich auch ein sympathischer Typ. Er ist halt der Typ mit den Pfeilen. Er ist halt ein Bogenschützer. Ja, er ist ein ziemlich guter Bogenschützer. Aber es ist halt cooler, in Comics irgendwelche Leute mit Mutationen und Superkräften zu sehen und sonstige Sachen. Finde ich persönlich mal cooler, als ich kann es besonders gut. Das ist halt in Marvel-Filmen auch immer so, genau wie Black Widow, ist super trainiert und sowas. Ja gut, aber du kannst halt auch relativ schnell... Torhaut dir mit Mühlen auf den Kopf und du bist tot. Ja, genau. Genau. Okay, da haben wir noch drei. Ich würde sagen, Endgame machen wir ganz am Schluss. Ja, Endgame ist das letzte. Dann hätten wir... Dann mach doch Infinity War. Infinity War, obere. Ein langer, langer Film, mit dem viel passiert. Viele Sachen finde ich cool. Viele Sachen finde ich nicht so cool. Oder nicht viele Sachen. Aber er war mir einfach zu lang. Einfach zu lang. Und die große Sache, die da drin passiert, wo man eh weiß, das wird eh rückgängig gemacht. Das wird nicht so sein. Wenn sie das durchgezogen hätten, hätte ich den viel besser gefunden. Es war dieser Moment, wo das passiert. Wo dann, krass, der auch, die auch, was, was, was. Die löschen sie gerade alle quasi. Und er sagt, durchgezogen, der Move wäre krass gewesen. Ja. Das wäre krass gewesen. Für mich ist das... Ja, das ist zu lang. Ich schwank zwischen Stahl und Vibranium. Puh. Also bei Stahl wäre er ziemlich weit vorne. Aber er macht doch... Also er ist schon lange, aber ich finde, auf die Länge macht das schon Spaß. Ja, komm, wir geben Vibranium so ein bisschen Bonus. Ja, aber hinten. Aber besser als Dr. Strange, wenn ich in der Show, glaube ich. Ist zu klein hier. Ist ja echt zu klein, sorry. Gut, dann kommen wir zu Captain Marvel. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ist der einzige Malfilm, der mir fehlt. Und ich will nicht gucken, weil alle sagen, er ist scheiße. Und ich habe irgendwie... Manchmal mag ich Kackfilme gucken. Ich habe mich auch in Wonder Woman 4 in 18 noch angeguckt. Aber der Film... Ich liebe Brie Larson. Ich finde, sie ist eine super Schauspielerin. Gerade im Raum. Aber ich finde, ihre Captain Marvel ist so eine richtig unsympathische, nervige Frau. Sie ist in all ihren Auftritten, finde ich, super unsympathisch. Und da kommen wir dann gleich beim letzten Film noch zu. Ich finde, sie wird auch so übermächtig dargestellt. Sie ist als Superman aus dem Marvel-Universum. Aber es ist halt nicht so ein... Sie benutzt halt immer diese Ausrede. Ja, wo warst du denn? Ja, an einer anderen Ecke im Universum gab es auch was zu tun. Das ist so billo. Und bei ihr sind mehr... Die hatten ein bisschen zu viel diese flapsigen Sprüche drauf gehabt. Für mich ist der Film, ehrlich gesagt, der hat mich genervt. Er ist Plastik. Aber ich würde ihn auf den ersten Platz machen. Krass. Ich bin gespannt, wie die Liste aussieht, wenn du Eternals gesehen hast. Ja. Dann kommen wir zu Endgame. Endgame. Finde ich das gleiche wie bei Infinity War. Ein bisschen zu lang. Aber es ist, ich finde es ein super spannender Heist-Movie. Das stimmt. Und diese ganzen super... Ich fand sie schon super witzig, dieses, wenn sie halt Back in Time gehen. Ja, und dann auch diese ganzen Leute nochmal treffen. Ja, genau. Wie das verknüpft, das fand ich echt cool. Ich würde den dann eher schon bei Vibranium einsortieren. Ja, aber auch vorne. Wo war der? Andere, den haben wir auch bei Vibranium eingestellt. Aber auf jeden Fall, der ist besser. Auf jeden Fall. Hawkeye musst du beurteilen. Das ist schwierig zu sagen, weil es sind halt... Setzen wir mal wegen seines Eposes mal davor. Ja. So, genau. Das ist unsere Tierliste. Auf Platz 1 Iron Man. Auf dem letzten Platz Eternals. Es gibt viel Mittelfeld, muss man sagen. Ja. Krass. Ja, wie sieht dann euer Ranking aus? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und schaut euch noch das andere Tierlisten-Video an, das wir gemacht haben. Und noch ein anderes Video von uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hab schon neu. Ciao. Okay, ciao.